Hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft auf dem Auge des Sturms und ja jetzt wollen wir mal schauen was heute hier so abgeht ich werde hier schon gerade die ganze Zeit zugetextet von ein paar freunden ja jetzt habe ich auch gerade keine Zeit jetzt muss ich gerade mit deinem Kunde spielen und dann kann ich ja weiter texten ich hoffe heute ist wieder ein Hexer dabei also gestern die Folge die war ja richtig knapp gewesen am Ende noch hätte ich mal lieber von Anfang an so gespielt gehabt wie am Ende naja was soll's vor der Heimschule hatte ich schon mal eine Anfrage gehabt wegen einem Spiel da war ich gerade auf Toilette gewesen da kam ich wieder dann ist gerade die Zeit abgelaufen man hat ja immer eine Minute Zeit um die PvP-Runde anzunehmen und wenn du bis dahin nicht angenommen hast wirst du halt aus der Uni gestrichen deswegen bin ich froh dass ich jetzt endlich eine Runde obwohl ich jetzt gerade wieder auf Toilette muss weil ich habe mich vor ein bisschen beeilt habe mich gerade hingesetzt auf der Toilette auf einmal kam das Geräusch was in meinem Badezimmer rein schalte dass eine Runde da ist ja dann habe ich noch schnell zu Ende gemacht und dann zurück ins Zimmer und dann gerade verschwunden gewesen ja naja so ist halt das Leben aber kein Hexer hier warte mal was soll ich sein kein Hexer hier schulke da Hexer hier da so ein Hexer Mensch Hexer hab du nichts gegen den GS was soo die Quest hier weg mal ganz schnell die Flagge einnehmen wenn wir auch schnell Punkte bekommen die Alice hat beide Punkte als erstes und dann mir also könnte es vielleicht sein dass die Alice ein bisschen näher an der Basis also die Basis bisschen näher an die Punkte ist als die Horde also könnte es vielleicht sein dass die Alice aber ich bin ja auch direkt hier her gelaufen naja ok diese sechs Punkte vielleicht und die haben auch schon die andere Basis eingenommen ach der ist der Hexer auf jeden Fall ach Krieger ist das ich hab grad auch wieder bisschen ähm Tierarena gespielt Haustier-Arena nicht Tier-Arena Haustier-Arena und ja da war das dann was ich nochmal zwei Haustiere geholt habe die letzten beiden von den roten Schiefer ja schreiber mir auch schon aufs Handy stimmt weil ich kein Portal Das war's. Ach Mensch, der ist freilassend Börost, komm schneller Ah ok, der wird schon unterstützt Aber trotzdem Oh ne, ich bin halt angegriffen Ah Oh, hat schon einer reingeschrieben Was machen die Leute da? Oh Jetzt aber Komm, komm, komm Komm Das wird wieder eine Runde hier Man kann es kaum glauben, aber es ist so Jetzt sind sie hier Oh, der Anschluss Was macht Aldi Oh, der Flore Oh, der Flore Hm, wie man sonst benutzt Egal war hier kommt jetzt keiner mehr vorbei und so prächtig so Es ist so langweilig immer hier zu deffen, weil sonst macht es ja keiner. Wenn keiner defft, dann sieht's scheiße aus. Oh, wir erobern gerade den Turm. Das ist der Blutelfenturm, das ist der Teufelshäscher, das war glaube ich sowas mit Rhyrnal. Schau mal, die sind die ganze noch mal. Rhyrnal und Magiatur. Fane. Also wie die spielen auch das eine Ewigkeit hier unten. Da hinten ist einer. Th. Okay. B. Elf. Bye. Okay. Yep. Bye. 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 Ah Mist. Hat er mich gestunnt bevor ich da rangekommen bin. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Wie wir haben keine Basis mehr? Doch warum wäre ich hier hingeportet? Na ja. Egal. Ach Mensch. Die Alli stellen sich mal wieder an hier. Los blinze dich weg. Na ja. Ich kenne dich. Ich habe mich selber einen. Nachtwelt. Okay. Schnell weg. Zu spät. Da war ich schon langsam. Oh Mist. Oh. Warum sind die Runde in letzter Zeit immer so 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 ganz knapp. Okay. Dann Führer. Jetzt kommen sie alle rüber. Die zergen mir durch. Ne doch nicht alle. Gehmetze. Komm. Das ist aber nicht so. Dann stammen wir mal. Zack. So. Dann nehmen wir jetzt mal den. Und dann kommt der dran. Okay dann der Jäger. So. Wohin geht es denn? Okay. Ach. Wenn. aber kurzer abgelenkt durch gewascht und hier sind wir schon gewonnen hat die ja wie sie lockerflockig weg welchen Platz bin ich der Elfte so das war wieder eine Runde World of Warcraft im Auge des Sturms ich hoffe euch im Auge des Sturms ich hoffe ich hatte die Runde gefallen ich würde mich freuen wir uns wieder bei bis dann habe ich euch viel Spaß und auf wiedersehen tschüss tschüss